Ich habe gerade so ein bisschen so einen Durchhänger. Ich bin gerade echt müde. Vielleicht mache ich mir nachher doch mal wieder einen Kaffee. Ja, Spekulatius habe ich auch noch. Lebkuchen weiß ich gar nicht, ob wir den noch haben. Ich will doch, ich glaube, meine Mutter wollte welche mitbringen. Kaffee ist ein sehr gutes Stichwort. Ich warte noch eine Stunde oder so. Oh, machst du Spekulatius selber? Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich wollte das Wildschwein erleben. Ja. 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 Ja, wströmt ja. So, jetzt sind wir wieder da angekommen, wo wir gerade waren. Ich weiß gar nicht. Also, ich habe im Bioladen tatsächlich noch nie nach Spekulatius geguckt. Aber ich denke schon, dass man Tyrion das mal versucht hat. Da ist ein Stall. Das ist der Stall, den wir schon gefunden haben. Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ist egal. Ich würde mein Pferd gerne registrieren, weil dann kann ich es auch zurückpfeifen, wenn ich es mal irgendwo stehen lasse. Ich muss sagen, von der Optik her ist das eins der schönsten Gebiete auf der ganzen Map, finde ich. Ja. Ja. Ph seriously. Ja. Na,vas beadier. ienee. Zwei Deppen, ein Gedanke. 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 geschrieben. Ich hatte kein Latein. Hat er auch mit. Wird aber mit C geschrieben. Oh, Segundo wäre auch gut gewesen. Ne, wir bleiben jetzt dabei. Trotzdem danke, Copper. Ja. Japanisch. Ich hätte noch gewusst, was Zwei auf Französisch heißt, aber nicht was Zweiter heißt. Ah, da hätte Comanus mir sicher helfen können. Aber ich habe mich jetzt ja schon entschieden. Oh. Jezu Kafui. Apparatur. So, jetzt erst einmal angelschütteln. Jedehliche Änderung. Ich habe das Roman. -Mosarbe-Ware-Ware-Ware-Ware-Ware-Ware jetzt zu machen. Pfeift. Ich bin ein, wir fela. Ich habe das in einem guten Träumen. Träumen. Ja, also zwei zumindest. Wie gesagt, zwei John. Weiß ich nicht. Wait. Hä, von wo kommt denn der Klotz? Ach, ist mir jetzt auch egal. So wichtig ist das nicht. Okay, ich verstehe das Problem. So wichtig ist das Problem. Das ist auch nicht sehr spektakulär, das stimmt. So wichtig ist das Problem. So wichtig ist das Problem. Wie mit den Ringen, die bei Mickey Maus immer dabei waren? Was für Ringe? Hast du mit den Account getauscht? Könnte auch mit dir sein. So wichtig ist das Problem. Hey! 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 lässt einfach Bananen fallen, wenn ich ihn kille. Das ist irritierend. Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich die alle kloppen, oder? Das sind doch nur die einfachen Viecher, oder nicht? Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Ist es Spoiler, wenn ich etwas sage, was eh nicht mehr passieren wird? Hm, nee, kannst du ruhig machen. Also es ist schon ein Spoiler, aber du hast ja gefragt und ich sage, es ist okay. Jemand, der das nicht hören möchte, kann ja einfach ausmachen. Also, den Ton auch kurz ausmachen. Ja, okay, weil ich darüber rede. Weil ich darüber rede, meinte ich eher. Jetzt müsst ihr Hunterious Nachrichten jetzt einfach ignorieren. Oder den Chat wegmachen, das kann man auch. Und den Ton muten. Das wäre ein Ich habe das. Alles gut. Wäre das Finale im Hard-Mode. Man kann echt zu Ganon gehen ohne alle Titans. Ich dachte, dann wird man einfach zerschmettert oder sowas. Ich habe keine Hilfe der Recken. Stimmt, man hat ja auch das doppelte Leben zum Beispiel und sowas. Und den Schutz und das Kamel-Teil, was ich nicht mehr weiß, wie man es nutzt. Naja, man kann die mit Sicherheit auch nicht vollständig machen. Dann hat man halt nur ein bisschen Hilfe, denke ich mal. Ich muss mein Schild. Und er hat insgesamt vier Flüche oder hat er mehr? Ja, das wäre ein Spoiler. Eigentlich darfst du mir das nicht sagen. Okay, dann bekämpfen wir den nicht. Das ist jetzt aber schon unfair, ne? Wohl, den kann ich besiegen. Feenwasser? Da ist noch ein Tempel. Wait, wir hatten von da auch irgendwo ein Tempel gesehen. Wenn das mal nicht nach allem klingt. Das ist leicht, Tobi. Vielleicht hat er mir das dir angeschaut. Und ich wäre einfach direkt zu Ganon gegangen. Ich möchte Ganon heutzutage gerne machen, aber... Man. 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 Sorry. Okay. Ich hab keine Damage gemacht, what the hell? Nein. Das tun wir nicht. Die hab ich, glaub ich, fast immer alle, die hab ich fast alle weggelassen. Wartet kurz. Oh nein, jetzt hab ich zweimal das Spiel offen. Hm. Gut, wie mir zu vergesslich war. Was war das denn nochmal? Hatten wir die Situation bei Zelda schon? Ja, mit Sicherheit. Schnauze. Das Fotomodul, war das nicht das mit der Fackel, mit der blauen, die wir da hochbringen mussten? Mit dem blauen Feuer? Das sieht so eklig aus, wie die Hand sich noch bewegt. Ja. 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 Kannst du nicht noch was machen im Forschungsinstitut? Oh, das ist schon so lange her. Oh mein Gott, ist die Steuerung. Oh mein Gott, ist die Scheiße. Oh, die ist spiegelverkehrt. So ein Mist. Das ist jetzt eh erst. Hä, aber... Och, Mann. Oh Scheiße, jetzt bin ich wieder falsch rausgegangen. Wo ist die Kugel hin? Nein! 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 Habe ich das jetzt abgebrochen, weil ich es mir nicht zu Ende angeguckt habe? Oh mein Gott, nein. Ach, du bist verdammt mich, oder? Oh mein Gott. Darf ich jetzt? Ja. Jetzt darf ich. Ist hier nicht noch irgendwo... Gibt es hier keine Kiste? Hm, hier ist keine Kiste. Ah. Hier kann ich sicher eine Kiste kriegen, oder? Ja. Ja, bis gleich lang. Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was du meinst, äh... Hunterill. Oh Gott. Das war viel zu wenig. Shit. Das war auch zu wenig. Ja. Oh Gott. Neig. Okay. Und umasure. Okay, dann nach links rein. So, ich weiß nicht. Pippi. Geil, Tempel geschafft. Ne, tatsächlich nicht mehr. Habe ich den Gleiter da gekriegt? Ne, oder? Ne, den Gleiter hatte ich schon am Anfang. Ignoriert, was ich gesagt habe. Den habe ich schon ganz am Anfang gehabt. Ich bin froh, was ich soll. Ich bin froh, was ich nicht so fliegt. Ich bin froh, was ich mich nicht so fliegt. Ich bin froh, ich bin froh. Wir nehmen mal alles mit, was wir machen, oder was wir können. Heißt das nett-nett oder nett? Oh! 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 Ich hab noch ein paar. Würden Kämpfe für Dreamy leichter machen, nett. Habe ich mir das geholt oder konnte ich das da holen? Also, nein. Habe ich mir das da holt oder kann ich mir das da holen? Das kann... Also, die Fotos wären da noch. Würde ich dich nicht dran erinnern. Hm. Sonst müssen wir da gleich nochmal hin. Wenn ich da oben war, muss ich mich eh teleportieren. So, und wo war das nochmal? Ein Forschungsinstitut. Wo war denn das Forschungsinstitut nochmal? In Hyrule, danke. Darauf wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Nee, oder? Oh, nee. Oh, nee. Okay. Ah. In Trata. Ah. Oh. Oh, nee. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, es ist dann zum Mittag, hab ich Brot gegessen. Das war's für heute. Oh mein Gott, ein Labyrinth. Seriously? Ich bin mal kurz weg, bis gleich. Hallo, Kulia. Hey, du, was machst du hier? Hm? Hm. 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 Wait, da war ein Teleportpunkt vor dem Institut. Bei mir ist es ganz okay. Mein Sonntagsstart war nicht so gut. Wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, was ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. warte, da muss ich mich jetzt, kann ich mich ausziehen. Tatsache. Dein Körper trägt unzählige Narben, ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dazugefügt hat. Auch unseren Linger zieht dich aus, kann man nicht sagen. Hm, gut. Du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Doktor... Obelow. Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenden Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um ihre Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind. Pura ist ein Kind. Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Hm. Das sieht dir wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Bis jetzt läuft das Spiel auf alle Fälle ganz okay. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Geht's dir denn wieder... Bist du wieder richtig fit, Koliath? Ich weiß. Hm. Dann brauche ich dir also nicht in allen Einzelheiten zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Nicht nötig. Gut. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns Schika zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung. Legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung Garnon ein Ende setzen. Ähm, ja, entschuldige die lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Sherry, beziehungsweise der Schika-Ofen, stellt antike Ausrüstung her. Aber leider ist sie angeschlagen. Ach, ich muss wieder die blaue Flamme von blauen Flammenborn holen. Ja toll, und wo ist der? Ah, ich hätte auch halt einfach mal auf meine Nebenquests gucken können. Die sind das, äh, Hunter, oder? Ach so, ich kann mich erst mal wieder anziehen. Aber es ist erträglich. Das klingt doch, als würde es zumindest so langsam etwas besser werden. Beziehungsweise besser ist es ja schon, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Okay, okay, wir holen uns das Ding. Shit. Aua. Fies. Okay, das Problem ist, ich muss den Weg, glaube ich, vorher einmal ablaufen. Denn wenn ich da Monster habe, die mich angreifen, ist halt das Problem da, dass ich die zerstören muss, um hier runterzukommen, Heile. Das heißt, wir müssen die erst zerstören. Uh! What? Hüppi. Hä, wie kann meine Waffentasche denn schon wieder voll sein? Ich habe doch gerade... Hä, wieso bist du denn jetzt wieder da? Ach so, das ist gar nicht hier, das ist ein anderes. Oh fuck, der eine hat vier Leben. Das ist ein Weißer. Das ist ein Weißer. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wieder ein Schild ausrüsten, das wäre doch auch was, oder? Ich habe mega Verzögerung. Ich habe den Rest gar nicht gelesen gehabt, Lul. Kann sein, wenn du am Handy bist oder an einem anderen Gerät, dann kann das gut passieren, dass es Verzögerung ist, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, Essen. Willkommen. Willkommen. Kann sein, Wich? Willkommen. Okay. Fuck. Ich beschütze dich. Kann der mich bitte wenigstens mal in Ruhe lassen? Ist ja ätzend, ey. Okay. Oh Jesus, ey. Oh mein Gott. Das war jetzt grad irgendwie anstrengender, als ich erwartet hatte. Äh. Äh. Das weiß ich noch nicht genau, Tobi. Ich möchte erstmal ein paar Nebenquests machen. Scheiße, ich hab die Orientierung verloren. Okay. 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 Ich darf halt gleich nicht rennen. Komme ich hier zu der Brücke, wo ich rüber muss? Okay. 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 Okay.